Halli-Hallo-Hallöchen. Ähm, ja. Ja, jetzt schreibt er mich an. Ja, also wie ihr seht, ich bin Gruppenanführer, wie auch immer und äh. 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 Na. Wissen wir jetzt? Multiklasse. Who cares? Ah, vielleicht hab ich ihn übersehen. Ne, der hat doch von Anfang an Silvanas. Ich hatte ihn doch da noch gar nicht geponnt. Der hatte von Anfang an Silvanas, der soll nix erzählen. Will doch nur rumjammern. Hm. Der ist bestimmt nochmal aufs Klo gegangen oder so. Leoric. Lang nicht mehr gesehen, den Kerl, aber jetzt ist er wieder da. Hm. So, Chromie. Tempel des Himmels. Machen wir es mal wieder so. Was soll den Minenleger da rausholen? Nur war. Ist okay. Der Tag der Abrechnung ist nah. Die Jagd ist eröffnet. So, der letzte noch. Und jetzt will der natürlich jetzt... Jetzt wärs natürlich der Hammer, wenn der nicht gewählt hätte und offline wäre. Das wärs jetzt aber. Ah, er hat. Tja. Was zur Hölle? Der ist normal so, dass dem ein Arm fehlt. Der hat ne riesen Prank und so ein kleines verkrüppeltes Ärmchen nebendran. Mal sehen. Drei. Drei. Fünf. Ach stimmt. Die aus meinem Team waren ja fünf. Vier. 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 Drei. Vier. 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 Heilung gehen. Vier. 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 ein Spiel. Aber kein Healer da. Das bedeutet... Ah, shit. Dass ich hinüber bin. Drei Kills haben die anderen schon. Silvanas, mich und Varian. Okay, der ist wahrscheinlich eingestiegen. Und gleich wieder draufgegangen. Wow. Wenn ich das jetzt mal mit verdammt... Also das wird auf jeden Fall interessant. Mein Schutzschild wird da sehr hilfreich sein. Und ein Level höher würde auch nicht schaden. Komm schon, schafft uns ein Level höher. Wow, shit. Verdammte Nova. Sie ist tot. Und aus dem Weg. Das Problem ist eben... Wir müssen jetzt tatsächlich alles draufsetzen, die hier klein zu klopfen. weil ansonsten... Weil ansonsten... Wow, die ist stark. stark. Scheiße. Puh. Also das war knapp. Da konnte ich leider nicht helfen. Da ist Nova. Verdammt. Puh. Puh. Da hat er sich unsichtbar gemacht, der Kerl. Mist. Hm. Ohne zu zöteren. Hm. 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 Nee, ich muss... Ich muss auf Hammer aufpassen. Nicht, dass die Haka da... ähm... irgendwie Shit baut. Genau. Ich bringe Ordnung in dieses... Genau. Oh. Die erste... Die erste Festung ist schon hinüber. Also jetzt ist es hier... genauso wie ein Dota. Da muss man aufpassen... wie man sich da hier am Leben hält. Was ist mein Brunnen? Ah, elf, zehn Sekunden, das... Ach was. Da unten komme ich eh nicht pünktlich hin. Lieber hier weiter durchpushen. Mann, 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 Mann. Jetzt wäre es natürlich... Wirklich... hilfreich mit dem Feuer. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass ich eigentlich hätte da unten helfen sollen. Aber genau das hatte ich befürchtet. Das ist nämlich nicht... Das ist tatsächlich irgendwie nicht funktioniert. Urteilssprung. Wunderbar. Ach Gott, reg dich nicht so auf. Wo ist denn? Was zur Hölle? Ah, da war bestimmt der Haker. Der ist abgehauen. Was soll ich denn? Ich meine, ich beschwer... Beschweren wir sind... Eben. Vorteil momentan. Slyvanas, die kann... Ja, die... Die hat ja gar keine Probleme. Die wird ja nur nicht mal angegriffen. Während der Zeit. Das passt schon. Hm. Ah, da kommen die großen Jungs. Hm. Hm. Hallo. Sollten wir immer genug behalten für den Urteilssprung. 80 brauche ich. Ich habe es hier gesagt. Ich habe es hier gesagt. Weil der Support... Was anderes zu tun hat. Ja, meinst ja. Weil der Support unter anderem... Ganz an der anderen Ecke war. Okay. Weil der Support für sowas immer dabei ist. Ja. Ja. Einer muss bleiben, andere gehen. Ich bin noch schon hier. Oh, Nova. Hm. Zeigt mir den Weg. Hm. Ich hab sie doch gesehen. Da ist sie doch irgendwo unsichtbar rumgeschlichen. Was denn? Was denn? Ah, das ist so... Da wird der Jäger zum Bejagd. Hm. Die Säuse wollen wir jetzt. Junge, Junge Also machen wir jetzt zwischendurch mal eben den Boss oder wie Oh, shit Schade, ich hätte zu Lyric gehen sollen Wer soll wen reporten, hä? Außerdem habe ich mit 4 Kills und 5 Assists immer noch am besten gerade zusammen mit Lunara Der ist auch nicht schlecht Hammer baut sich natürlich jetzt auf Das ist für das Zurückwerfen Natürlich, jetzt hätte er das mit der Kanone machen müssen Aber jetzt muss er sich wieder zusammenbauen und da hingehen Wieso steht er denn da immer noch? Oder nee, Moment So, die zwei sollten das hier rocken da unten Und ich Was will der denn an Hilfe? Dieses kleine Kind, ey, unglaublich Oh, shit Das könnte übel ausgehen Hm Fuck Da habe ich beinahe Tracer erwischt Was willst du? Wenn ich auf die Jagd nach Tracer gehe? Das klappt nicht ganz so gut Klar möchte der Tracer umnieten Wann hat er denn 20 Jahre gebraucht? Bestimmt irgendwie Diablo interne Geschichte Ah, wir sind noch gut dabei Was haben die sich denn am Anfang so mockiert? War sicher kein Fehler, dass ich hier unten War und in der Mitte und so Gut, dass sie dann gestorben sind Natürlich ein bisschen doof Ähm Was soll man machen? Und so grundsätzlich bin ich ja gar nicht Bin ich ja gar kein schlechter Spieler Von daher Schick doch den Kopf Das bist du Wunderbar Scheiben Ach, da ist er noch Hammer Ich hatte immer irgendwie Also ich meine Hammer ist schon ziemlich groß Aber Irgendwie schaffen wir es dann doch Den zu übersehen Hm Was macht eigentlich diese Fahne? Ich hab keine Ahnung Die erhöht irgendwelche Werte Würde ich tippen Ah, whatever Ah Guck her, jetzt laufe ich einfach mal durch Wissen sie zwar, dass ich da bin Aber DHK Du kleine Dreckige Ach so Jetzt versteckt er sich Ne Dann heilt sich Hm Hm 6, 6, 4 Das ist der Kreislauf der Natur Gut Na ja Das ist jetzt Dings die Storm Ich weiß nicht Hm Ich behalte mal die echte Nova Im Auge Was jetzt nicht mehr nötig ist Zwei Katapulte Mit der Welle Drei Katapulte Joach Ich bin Ich denke mal Das wird gut Tatsächlich Unsere Helfer machen denen ihren Chorblatt Wunderbar Dann mache ich sie mal blind Hm Hm Okay DHK ist irgendwo da aufgetaucht Ich brauche aber mindestens noch einen Um ihn fertig zu machen So Wo sind sie Da ist DHK Hm Das ist ja unsichtbar Die Möde Gar nicht schlecht Sie haben es nicht anders verdient Der kommt bis hierher Hammer Verdammt Das geht wieder nicht über das Schild hinaus Oder vielleicht Doch es geht aber Lang dauert es nicht mehr Wunderbar Lass ihr ruhig Wir haben So gut wie gewonnen In 10 Sekunden Bin ich auf dem Weg Schade Ah Dafür sind wir nicht mehr schnell genug Dafür sind wir nicht mehr schnell genug So So Verdammte Verdammte Ach lecko mir Jetzt gehen wir noch nicht mehr Jetzt gehen wir noch nicht auf die Eier Bin doch schon dabei Bin doch schon dabei Und Dann Ich bin doch schon Man Oh man Wäre ich Vorüber Könnte ich mich unsichtbar machen Dann Dann vielleicht Dann wäre ich an Leoric vorbei Und hätte mich an den Chor gestellt Dem ein bisschen was verpasst Dem ein bisschen was verpasst Der Tod war unnötig Mist Mist, Mist, Mist Ich hätte eher Leoric als Nova anpeilen sollen Tracer anpeilen sollen Sehr ärgerlich Ich muss handeln Dieser Feind muss verspakt werden Oder so Hm Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker Schon bald werden sie meiner ganzen Herzen erstrahieren Komisch, ich hatte Tracer gesehen Kann schon Und Abflug 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 Alter, wenn wir das jetzt noch verlieren Sehen Eure Festung ist nichts als Schub Asche Ja, Tracer versucht es aber auch Tracer ist halb tot Jetzt würde ich sie bekommen Dafür muss er aber erstmal soweit sein Sylvanas hat's verbockt So ein Scheiß So ein Scheiß Ich darf es nicht versauen Jetzt dürfen wir es nicht versauen Den nächsten Tempel, der ist uns Aber bis dahin Wow Hör auf damit Oh, im Ernst Was ne Kombo Ist das jetzt wirklich dein Ernst Hat noch Leoric mitgenommen Sehr interessant Schreiben gleich Sonst sind drei bei uns hinüber Wer ist denn noch Sylvanas Scheiß Oh Gott Ich habe physische Gestalt angenommen Ach du Heuler Wir haben es tatsächlich geschafft zu verlieren Ach du Heiland Und das haben wir noch verloren 19% über dem Durchschnitt Wunderbar Ey Leck mich Langsam ist doch mal genug Da gewinnst du eins Da verlierst du eins Und du bist immer noch in deiner Niederlagenserie drin Ach das System ist ja mal echt kacke Da kriegst du jedes Mal einen mehr drauf gezimmert Wo haben wir denn Sylvanas Na ja gut Die anderen sind auch schon häufiger Gestorben also Von daher